Boho! Was geht? Aller Benni wieder am Start! In der weiteren Folge Giants Island 09 Was geht denn? Du, weitermachen würde ich sagen, ne? Einsteigen... Maschine anschmeißen... Die Ruhr an und gib gegessen. Hallo, Leute. Die Woche war diesmal ein bisschen entsponnt bei mir. Ist auch mal ganz gut so. So, könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, wie Woche, Woche so war. So, wie wir uns interessieren. Ja, und sonst. Nichts aufregendes passiert. Alles an Arbeit gemeistert, wie es sein soll. Soweit auch keine Probleme gehabt oder so. Auch weniger Werbung. War echt cool. Bitteschön entspannt nur. Ende der Woche auf jeden Fall. Anfang an, Anfang der Woche ging auch. Und war normal. Und war normal. Soweitd Abwacher rauschen wieder, Abwacherin, das ist eine Frau, ist ja auch wieder unterwegs. Uuhuu, obwohl ich nicht die hälfte, die wir stehen lassen, das sind wieder die Centbeträge, die uns dann empfehlen beim Verkaufen. Nein, 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 so geht das aber nicht hier, ne? Sich, sich, sich! Ups, sorry! Hau mal rein! Ups, siehle! Ups, ich hab das Schneidwerk gar nicht hochgenommen! Ich hab's geglaubt, dass er nicht so schnell ist. So, was ist denn jetzt? Da-dam-dam-dam-dam-dam-dam. Du-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam. Ah! Könnte sein, dass ich das heute so gefährliche hier. Aber ich überzieh mal die Folie, nimm. Mach schau. Das ist ein bisschen besser. Ich habe hier auch ganz verlaufen, ne? Wie alles. Oh, das ist ein bisschen besser. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ach, guck mal hier, was ist denn, wenn ich so einen Anhänger, dann muss ja nicht der Rekord. Nicht schlecht, nicht schlecht, boah, fetten Anhänger noch dazu. Ja, sonst hab ich ja keinen anderen Schneider. Das hier mit 5,50m, oder das etwa 4m. ach guck mal, das meiste, das kann ich auch nehmen das ist eh ich pelle auch muss ich mal sehen, dass ich das nix zu mir gönne die Tasche wäre natürlich nicht schlecht das Feld das Feld habe ich ja, 17, 2 und 11, mehr noch nicht das Feld muss ich da mal noch ein bisschen wo verweitern und so Kühe den ich nochmal kaufen eine gute Station die Rieche auch sehr nice ich wollte die nochmal reinschmeißen Was ist jetzt so? Ich bin von mir. Ich bin von mir. Geh gas, geh gas, geh gas. Ja, ich sollte dann auch wirklich in den Fahrt, da wo ich auch Taschen will, damit ich um die Decke hier, ne, und ich werde jetzt komplett wieder wegfahren, man 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 man, wieder unkonzentriert hier, das geht ja gar nicht, zum Glück habe ich hier keinen Chef, alter, der würde mich unglaublich schon rausschmeißen, man 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 man, nee, 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 so Ja, okay, okay. Ja, okay, okay. Oder alles mitten im hier und nicht die Hälfte stehen lassen. Brauchen wir einen Drescher unbedingt. Unbedingt nicht mieten sondern kaufen. Die Fahrzeuge habe ich auch glaube ich hier noch. Ja guck hier. Ich bin mir noch nicht mitten. Ich weiß nicht, ob ich es bin. Ich weiß nicht, ob ich es bin. Das war es nicht so gut, dass es nicht so gut ist. Darum, dum, 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 dum. Das war's für heute. vorgelegt sich auch schon wieder an den ende zu aber dann kann ich das für weg machen aufräumen ich will mal was gucken danach kann ich dann auch oft für zwei gehen aber das feld ist natürlich auch mit einer mit einer der größten felder hier auf der karte das habe ich auch nicht vergessen es gibt jetzt auch nicht so unviel an menge an ertrag weil es ja kleine körner sind die kleinsten körner deswegen und entspannen Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.